Ein Toter und viele Verletzte. Trotz einer UN-Resolution für eine Waffenruhe gehen die Kämpfe in Syrien weiter. Im belagerten Ostguta soll das Assad-Regime Chlorgas eingesetzt haben. Bei einem Angriff auf die syrische Opposition Hausburg Ostguta ist nach Oppositionsangaben am Sonntag Giftgas eingesetzt worden. Viele Menschen hätten nach einer enormen Explosion Symptome einer Chlorgasexposition gezeigt, berichteten Mediziner der Opposition. Ein Kind sei gestorben, mindestens 18 Menschen seien behandelt worden. Die syrische Regierung hat stets bestritten, Giftgas einzusetzen. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte am Sonntag Oppositionelle in Ostguta Chemiewaffen zu produzieren, um die Regierung für deren Einsatz verantwortlich zu machen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte erst am Samstag nach mehrfacher Vertagung eine Waffenruhe für Syrien gefordert. Trotzdem gingen die Kämpfe in Syrien weiter. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Vielen Dank. Vielen Dank.